Musik Hey hohe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Hexplay Staffel 2 Und ja, äh, ich war hier, äh, äh, wartet mal Ich hab heute sogar einen Timer gestellt, ich war ziemlich vorbereitet Wie ist es da unten? Eis? Achso, Schneegebiet, hehe, okay Ähm, ja, ich werd mich mal hier so ein bisschen umschauen Was ist das denn da? Okay, geh ich mal hier runter Ähm, ja, keine Ahnung, was ich mir heute... Brauch ich Kohle? Brauch ich Kohle? Keine Ahnung Ja, komm, nimm mal mit, ne? Ja, äh, noch spiele ich im Default-Texture-Pack, irgendwie gefällt mir das gerade, so Ähm Ich kann ja, also Swags hab ich auch noch, falls, falls, ne? So, und ja, äh, also der eine Tower wurde ja schon ge... Gelobt So, Leute, ich muss jetzt mal kurz Schluss machen Ich, äh, ich nehm nachher weiter auf und Ja, bis dann Ciao Hey ho Leute und willkommen, äh, ja, zurück Ich musste kurzzeitig, äh, es sind schon wieder ein paar Stunden her, dass ich hier war Äh, und aufgenommen hab, die erste Minute Aber ich musste weg, Mittagessen, dann hab ich noch Kuchen gebacken, ist total stressig heute Dann kriegen wir heute noch Verwandte, die zu Besuch kommen Oh Äh, ne, ne, nehm ich jetzt mal nicht mit Ähm, und ja, ich hol mir jetzt der Dias Oder So Ähm Da haben wir noch Gold, dann holen wir uns das Gold mal hier Also man kann gut farmen hier Ich hab eigentlich Wette ausgestellt, aber Nö, will nicht, aber, naja, müssen wir leben mit Ähm Äh, man kann sehr gut Dias farmen, wenn man hier oben auf den Bergen ist Scheiße, ich hör, ich hör einen Kometen Ich hör einen Kometen Du bist ja eingeschlagen Ach, dann nicht Ja, naja Ah, jetzt Ich dachte schon, der Regen wäre weg Oh, toll Äh, ja, ich sollte die richtige Spitzhacke nehmen Boah, ich bin voll Okay So Dann sagen wir mal das schöne Gold ein Das auch noch So Dann mal gucken, was hier oben noch war Äh, Lapis Redstone Noch irgendwo Dias Aber man kann mir am besten von weit weg das sehen Ob da noch irgendwas drauf ist Deswegen geh ich mal hier rüber Oh, guck mal hier Blazes Ich hör, ich hör Hunde Au Ich hab Angst, dass hier irgendwelche fetten Monster gleich kommen Aber, oh, ich geh mal hier hoch So Äh, nö, nur Zombies Okay Ähm Irgendwo Dias Äh, nö, nur Zombies Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Du gehst weg Weg mit dir Komm Nehmen wir den mal Bam So Habe ich erstmal Ruhe hier, danke So, jetzt möchte ich ne Die Blume sieht sehr besonders aus Sonst noch irgendwo Dias Mh, ne, nicht wirklich Irgendwo Dias Da oben drinnen Eisen Ist nicht so Da ist ein Zombie, der auf mich zukommt Gut Na, da hinten Äh Auch keine Dias Nur Eisen Okay Soll ich mir die Blume holen? Ne, ne Ne Wir gehen jetzt mal hier zurück So Guck Wir können ja mal hier gucken, ob das schon gelootet wurde Bestimmt Äh, was ich hier brauche ist das hier Auf jeden Fall So Guck mal, ganz kurz reingucken Ähm, ja Okay, da waren ja Mark und so drinnen Da haben die, glaube ich, schon alles Äh Ich guck mal, ob die irgendwas drinnen gelassen haben für mich Äh Hä Okay Der ganze Turm ist weg Hm Ach stimmt Habe ich ja bei Mark gesehen Okay, da springe ich nicht runter Äh Dass die Dass der Turm zusammenfällt Oder sowas Ich würde jetzt gerne mal nach Hause gehen Äh Irgendwo in die Richtung, ne Wieso wird mein Haus denn eigentlich nicht angezeigt? Ich muss nochmal gucken wegen den Oh, da hinten ist ein Haus Okay Da hinten sind Fackeln Okay Gehen wir halt nach da nach Hause Äh, ja Ich würde nämlich gerne mal schlafen gehen Was ist das denn? Was ist das? Oh, ich höre eine Spinne Ich höre zwei Spinnen Jetzt kommt hier wieder ein Zombie an So Ich guck gleich mal zu Hause Was das ist Oder guck ich jetzt eben Ach komm Das ist Water Droplets Was auch immer das ist Das ist mir auch egal Ich geh jetzt erstmal nach Hause So Lauf doch Schneller So regnet das die ganze Zeit Hoffentlich regnet es morgen früh nicht Und ich hab mir diesmal einen Timer gestellt Also hier die Leute Die haben schon Ähm Ja, wir haben schon einen Verzauberungstisch Ähm Wo ist mein Haus? Wo ist mein Haus? Hä? Was meinst du da hinten? Hä? Ist das hier mein Haus? Hä? Ich bin jetzt völlig bescheuert Wo ist mein Haus? Ach guck, warte mal Hier hinten ist es Hier hinten Ja, genau Ihr Wichser Oh Mann Können die das nicht wieder zubauen Wenn die sowas kaputt machen? Nö Wieso sollten wir auch, ne? Mann So Ich nehm jetzt einfach mal das Holz Wo ich es mir leisten kann Ich hab noch mehr Holz, ne? So Ja, gehen wir das hin Ich geh jetzt einfach mal zu Und geh ins Bett So Fertig Bitte Regen auf Bitte 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 Ah War auf zu regnen Ich mach mir erstmal noch ne Kiste Das wird nämlich gleich so voll Ähm Ich stell jetzt einfach mal hier rein Ich brauch ein größeres Haus So viel steht fest So Jetzt tun wir erstmal alle rein Auch die Dias Und dann Mal gucken, was wir so haben Ähm Okay So Ich glaub Essen braucht Oh Hör doch mal auf Du scheiß Regen Es nervt lange Ähm Ich kann es ja mal probieren, ne? Ich glaube nicht Oh Bitte Hör auf Bitte Lieber Regen Bitte Oh Endlich Ah Genießt ihr die Ruhe Genauso wie ich Ja So Erstmal das Futter Und dann würde ich sagen Äh Ich denke wir ziehen um oder so Weil hier Ähm Fühle ich mich nicht sicher Äh Okay Dann gucken wir mal, was wir noch so finden Vielleicht oben auf dem Turm oder so Ich finde das sowieso generell scheiße Clemens Haus Gut Die haben alle wie ein größeres Haus als ich Äh Ähm Gucken ob hier schon jemand Ah da wohnt es schon Ja da wohnt schon jemand Okay dann baue ich mal jetzt eigentlich aus Fertig Clemens hat sich das größte Haus geschnappt So Okay dann baue ich mir mein Holz Mein Haus ist jetzt größer Fertig So Zwei hier weiter Äh Äh Eine Schaufel wäre gut ne Ich weiß So Da brauchen wir glaube ich gar nicht so großartig hier Na los Äh Ist dort ewig hier Tut mir leid Leute So dann machen wir es um zwei oder so breit ne Weiter Breiter meine ich So bis hier Also Fängt Geht das Haben wir noch Kabel? Ja So Da ist jemand online Wie ist das? Ach das ist ein Schokobo Da hat jemand einen Schokobo Gyros genannt Im Ernst? Ach ich dacht schon Ach Gott ne So dann machen wir das hier weg Und ja Mann erschreckt mich das Viech Äh Machen wir so Zack Und dann machen wir das hier weg Dann machen wir da helles Holz hin Das muss weg Mach ich das Haus eben Größer So Okay Dann mal gucken Was war hier Das ist Sprucewood Sprucewood Okay Äh ne So Und hier unten kommt dann auch irgendein Boden rein Machen wir auch Sprucewood rein Fertig So Machen wir das ganze Das ganze Haus Große Hier wollte ich die Loks rein haben Weil es ein wenig aussieht wie die anderen So Können wir natürlich hier noch abbauen wenn wir wollen Können wir jetzt gleich machen Und es fällt Holz Juhu Oh Okay Leider der Timer Ist schon Äh um Ich möchte aber wenigstens noch etwas schaffen hier So Und Dann machen wir hier Hier kommt der Log wieder hin Äh So Zwei Ups 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 Äh Drei Äh Ja irgendwie so in der Art Mhm Okay eins Ups 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 So Dann Äh Hier Einfach mal so Und Dann haben wir das bis hier hin fertig Okay Hier kommt der Log Hier kommt Ditte So Dann weiß ich jetzt gerade nicht weiter Ähm Hier kommt glaube ich auch Dings hin Den Ähm Ist doch das lange mit der Achse Verstehe ich nicht Ist doch nur Logs So Ähm Ja es muss sowieso so oder so weg Ja dann brauche ich Glas Aber ich glaube ich habe Sand ne Ein wenig Sand habe ich glaube ich So Mal gucken Ähm Haben wir denn die dunklen Logs noch Ne ne Die normalen Okay dann hole ich mir mal eben noch welche So Pflanzen dann hier gleich neu So Das hat man auch geklärt Äh das ist cool dass das sofort ähm Droppt und dass ich mir dann So ähm Das nachpflanzen kann So Und dann kommt der Hier hin Verschiedenes Holz Hier alles gemischt Äh ja Ich weiß jetzt gerade nicht was hier oben Ach wie sieht das jetzt so lange mit der Spitzhacke So Ähm Das muss alles ein höher ne Ja Okay hier kommt das mal Stein rein So Äh Und dann müssen wir hier eben halt irgendwie Höher gehen Ich weiß nicht wie aber Oder seitlichen Eingang machen Ja Aber seitlichen Eingang fertig So Äh Oder so In der Art Zack Äh ja So Dann kommt hier noch ein Larkin Der kann raus Äh Wieso haben wir hier Orkwood Man Das ist so awkward Ich liebe diesen Jock So äh Bad kann auch Warnersen Kisten Muss ich dann mal gucken Dass ich die umstelle So Das hier muss auch noch alle weg Los Das dauert ewig Wollte eigentlich gar nicht überziehen Aber Äh Ich denke mal so als Entschädigung Oder so Nächste Folge gehen wir dann Mehr richtig Äh Mineralien suchen Was ist denn jetzt My Crafting Table hin Hä Habe ich den schon abgebaut Komisch Los So Ich glaube ich mache hier erstmal Sprucewood Ähm Da könnte doch eine Treppe rein So Äh Hier hin So Machen wir hier zu Nein 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 So Mitten Wir jetzt erstmal die Logs Die können vielleicht dann umwandeln Und Holz Und dann könnte Holzkohle rausmachen Oder so Es dauert Und dauert Und dauert So Noch einen Dann haben wir es So Ein wenig besser Jetzt fehlt mir noch Sprucewood Okay Leute Ähm Dann würde ich sagen Ich glaube das war es Erst einmal Ich könnte jetzt hier erstmal zumachen Jetzt kommt irgendwelches Viech rein Wohl eigentlich nur Spinnen Oder wir machen eben noch eine Tür Wartet Ich mache erst hier Einen auf So Und dann haben wir hier doch noch Den Ofen Da kommen vielleicht noch ein, zwei Ofen hin Und So Dann machen wir mal hier einen auf Äh So Radadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Okay, ich bin voll. So, dann hätten wir das Holz raus. Dann hole ich mir mal eben noch Holz und noch Sprühschwut. Dann ist die Folge auch schon zu Ende. Es tut mir leid. Ich könnte stundenlang spielen. Aber es geht leider nicht. Oh, hier sind Bären. Büsche. Was soll ich mit... Was? 17? Wieso habe ich denn 17 von den Dingern? Äh, joa. Können wir auch mal reingehen. So, jetzt holen wir noch ein bisschen... Das sind schon 3, 4, 5 Scheiben, 6 Scheiben, 7 Scheiben, 8 Scheiben oder so. Oh, okay. Das reicht schon. So, dann sollte ich da mal ein Schild auch dran machen oder so. Ich hole mal die Büsche hier. Kann man vielleicht auch noch auf mal anpflanzen. So. Okay. Ich finde, mein Haus ist ein wenig individuell. So, jetzt mal gucken. Können hier ist so. Okay. Ich mach das mal weg. Und wir brauchen... Was ist denn das für ein Holz? Komisch, naja. So. Ähm. Da ist Bruce Woods. Machen wir doch noch jede Menge da. So. Dann den Ofen. Dann machen wir mal eben das rein. Und das hässliche Holz. Wollen wir was? Hä? Was ist denn das für ein Holz? Da. Wird sofort brannt. Sofort. So. Äh, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So vom Dach her müssen wir mal gucken, was wir da machen. Äh, wir können ja Stufen machen. Aus dem normalen Holz. Oder wir machen ein Holzdach. Ja, ich glaube, wir machen ein Holzdach. So. Äh, wir hatten noch eine Kiste, ne? Ja. Gut. Dann machen wir die Kiste da noch hin. Dann machen wir hier. Tak, 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 tak. Brauche ich. Zack, 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 zack. So, Büsche hatten wir auch, glaube ich, gerade noch. Äh. Warte mal, das nehme ich an mich. Das. So, die wertvollen Sachen, die halte ich mal schön für mich. Man weiß ja nie, ne? Ich vertraue da gar nichts mehr. So. Äh, Büsche, die können wir anpflanzen. So, hier schön vor meinem Haus, so. So, vielleicht. Da noch. Okay. Dann brauche ich jetzt nur noch eine Tür. Okay, ich höre ein Skelett. Ähm. So. Ich mache mir jetzt einfach mal Glasscheiben. Und, äh, ja, wenn ihr ein Texturepack wollt, dann lasst es mich mal wissen. Dann werde ich mal gucken, was man da machen kann. So, ähm, was wollte ich jetzt noch? Tür, 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 Tür. Tür, 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 Tür. Und wir brauchen Holzkohle. Das Holz und überbrennen das Holz. So. Okay. Das ist gut. Okay, äh, eine Treppe und ein... Und eine Tür. What the fuck? Ich bin Skelett. Ich bin echt... Gott, echt Schiss. Ich glaube... Okay. Fail. Komm, 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 komm. So. Hä? Machen wir jetzt auch mehr? Dann machen wir es so. Fertig. Ja. Besser. So wollte ich es haben. Okay, dann würde ich sagen, das war es für die Folge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Minecraft, äh, Hexplay. Ja. Und dann, äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und dann, äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.